junger freund haben sie etwas von zu hause mitgebracht ja man sieht den wald vor lauter bäumen nicht mehr ist ja eine palme aber puh ist mal eine gute und du hast schon mal abgebrochen das habe ich gefunden gott sei dank da muss es haus für stimmen er muss es haus für stimmen die ganze location also 32 quadratmeter mit küche und schlafzimmer reicht da nicht da brauchst schon das ist halt gold ist halt ja bau bau ist ja echtes gold ja natürlich bitteschön die herrschaften schönen guten tag zusammen hallo 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 wie heißt ihr beide denn mein name ist angelina von 29 jahre alt und alex und bin 25 jahre so und jetzt war es ein pärchen nein wir sind geschwister aber es ist geschwister lieb deswegen habe ich das auch so direkt ja spontan ja ihr werdet auch ein nettes pärchen davon mal ganz abgesehen ihr lieben erzählt mal ein bisschen über euch was macht ihr beruflich wo kommt ihr her wo lebt ihr ich komme aus troßdorf ach troßdorf ist nicht so weit weg und du ich bin aus bergen das ist ein ganz kleiner ort im hunsrück ja und ich bin unternehmer und sie arbeitet bei der bundeswehr büro sachbearbeiterin aber nur nicht in uniform nicht in uniform naja aber immerhin hätte ich auch zugetraut wo habt ihr die palme her ihr lieben also wir haben die aus einer erbschaft also wir machen gerade die haushaltsauflösung von unserem elternhaus und mein vater hatte die damals quasi bekommen und seitdem stand die irgendwie schon seit kind sein stand die einfach im keller ist eine hans grügel lampe so wie ich das jetzt richtig gelesen habe und wir haben relativ schnell gemerkt als wir die mal inseriert hatten dass die ein bisschen doch ein bisschen teurer ist weil relativ viele anfragen kamen und dann haben wir gesagt naja machen wir da raus versuchen wir sie immer ja so mein lieber sven ja hans kögel haben wir gerade schon gehört hans kögel leuchten ganz bekannt aus ammerang im chiengau ab 1979 hat er halt leuchten produziert etwas hochwertiger sind und diese palmen leuchte hier mitgebracht hat das ist so ein aushängeschild von der firma kögel hing ein bisschen damit zusammen dass die fertigung sehr aufwendig war wenn wir hier eine stehleuchte in form einer palme und man hat auch die leuchtkörper sehr gut gewählt sind sogenannte kopfspiegelbieren die das licht nach hinten hin dämpfen und dann schimmert das so durch diese blätter das hat ja auch so ein bisschen was romantisches die kann eigentlich gar nicht aufgrund ihrer abmessung irgendwo untergehen das ist ja ich sag mal schon eine ordentliche leuchte ich habe für nachtisch ein bisschen zu hoch so und da war halt die verarbeitung das problem oder die herstellung war das problem weil die einzelnen blätter wurden angelötet ihr habt ihr gesehen dass an den pflanzen stilen wo die blätter angelötet sind immer so kleiner knurbel ist die hat man wirklich mit hand angelötet und es ist kein gold ist auch nicht wirklich vergoldet da hat man nur einen goldlack aufgetragen was ich bei diesen hans kögel lampen immer so ein bisschen schwierig finde das ist halt so ein so ein design was richtig auf die kacke hauen will glamour und es gab auch verschiedenste ausführungen es gab jetzt nicht nur diese große palme mit der kleinen palme daneben sondern die konnte es auch ein bisschen zierlicher kaufen 79 bis 85 irgendwo in dem zeitraum ist sie entstanden ist sie gewachsen und jetzt ich habe ja ein blatt mitgenommen das habe ich gott sei dank da unten am stamm gefunden weil hier und dort ist etwas abgebrochen gerade da wo du stehst da siehst du ja schon da fehlt halt ein blatt das untere blatt ist auch verboten es müsste etwas weiter gerade runter hängen und dieses blatt passt genau auf die lötstelle auf diese bruchstelle dann gibt es aber um ich sag mal im dach selber gibt es auch noch mal eine kleine fehlstelle also fehlt auch ein blatt jetzt könnte man hingehen und könnte unten am stamm etwas wegnehmen aus dem unteren bereich am standfuß ein blatt rausnehmen und wieder anlöten dann fällt das halt nicht so ins auge material ist material ist im sinnvoll ganzen pass auf lech du musst ja ein material haben wo ich die möglichkeit habe die einzelnen blätter aufzulöten und wenn du jetzt guckst diese einzelnen zweige in rundrohr genau das sind ganz normale rundrohr und man muss ja irgendwo die elektrik durchführen und jetzt kommen wir wieder an ein anderes thema problematik elektrik da sollte man dran gehen weil es gibt einzelne fassungen gerade die untere die ich so ein bisschen los da muss man hand anlegen und man sollte sie neu verkabeln. Also tun tut es ja. Tun tut es ja. Sie tut es jetzt, aber nichtsdestotrotz, auch wie bei alten anderen... Also mal einen Elektriker drüber gucken lassen. Nicht drüber gucken lassen, neu machen lassen. Und das einzelne Blatt könnte man wieder anlöten, oben könnte man auch ein Blatt anlöten und dann nimmt man einen normalen Goldlack und dann fällt das auch gar nicht mehr auf. So, ihr zwei, was würdet ihr denn gerne haben? Ihr habt mal über einen Wunschpreis nachgedacht. Ja, ich werfe einfach mal was in den Raum, so 2000. Ist die Leuchte so viel wert? Ja, man muss jetzt jemanden finden, der die auch stellen kann und der solche Objekte liebt. Aber ich glaube, dass man da heute zwischen 1800 und 2300 Euro für bekommen kann. Ja, ich würde mal sagen, die Schwester hat gesagt, 2000 wären schön, 1800 bis 23 ist der Wert. Und der Rest, der zeigt sich gleich in den Verhandlungen, oder? Ja, dann, ihr Lieben, ich komme mal hierhin mit das Gerbchen. Dankeschön. Und viel Spaß bei den Verhandlungen, ne? Vielen Dank. Danke. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Also, Expertise ist okay natürlich. Man muss immer sagen, muss an der Lampe halt einfach noch was gemacht werden und ganz realistisch. Und finde ich cool, dass wir das jetzt haben. Das ist das Ding. Oh, mehr, ne? Ja, die hat anscheinend auch so ein richtiges Eisengestell, ne? Man sieht hier unten noch die Füße. Ja. Das ist auch Schmiedeeisen. Da ist auch richtig Handarbeit hinter, ne? Mhm. Schön. Toll. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Tag. Erstaunlich, dass Sie möchten, so eine Lampe verkaufen. Das sind ganz genau die Kunden, die sowas bei mir kaufen. Ja. Ist Ihnen wirklich die Lampe zu viel? Ja. Ja, okay. Wenn die nicht so viel wäre und so Gold wäre, dann, ja, aber so, hm. Also, ich sehe die Lampe in so einer Koala-Station. In was war denn? Ich wurde so im Zoo oder in einer Koala-Station. Ja. Ich beginne mit 500 Euro. 550 von mir. 600. 650. 700 bei mir. Man hat Ihnen ja wahrscheinlich erklärt bei der Expertise, dass sie von Hans Kögel ist. Und die sind schon ganz beliebt. 60er, 70er Jahre Design? Ähm, genau, 1979 bis 85 haben wir jetzt gesammt gehabt. Achso, okay. 800 bei mir. 850 von mir. 900 bei mir. Mach ich grad die 1000 Euro. Das wollte ich gehört haben für euch. 1000 Euro. 1100 bei mir. 1150. 1200. So, das macht jetzt Düsseldorf und Köln aus. Ich bin raus. Ach, diese Duett, das mag ich überhaupt nicht so. Düsseldorf. Ich mag das auch nicht. Ich finde das super. Ich finde das super, wenn die sich streiten für euch ist es gut. Nee, 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 nee. Manchmal macht das Spaß, aber manchmal macht das keinen Spaß. Gerade mit Markus macht das keinen Spaß. Ja, wie siehst du? 1250 von mir. Das Leben ist kein Pottihof. Genau. So ist das. So ist das. 1250 bei dir. Richtig, genau. 1300. 1300. 1350 von mir. 1400. 1450 von mir. 1500. Damit das dir mal Spaß macht. Ihr habt beide so Glück, dass die beiden da sind. Das sind die Besten, die ihr euch wünschen könnt. Wirklich. Ich mach 1600. Ach. Geht doch. Das hat dann eben Spaß macht. 1650. 1700. Machst du jetzt größere Schritte? Bitte. Ja, die würde ich ja machen. Bist du dabei noch? Ich bin immer dabei. Ja, dann hau rein im Haus. Oha, das war eine Ansage. Los. 1850 von mir. 1900. 1950. 2000. 50. Jetzt geht's voran. Ach ja. Ich bin einfach mal ruhig. Ihr macht das ja voran. Alles gut. 22. Oh, das war gut. Da war der große Schritt. Ach, so groß war der nicht. 2250. 23. 2350. 24. 2450. 25. Ihr macht's spannend. 2550 von mir. Wow, 27. 2750. Hab ich befürchtet. Ja, 2750 Euro beim Jan. Verkaufen Sie an den Jan für 2750. Wenn wir 3000 machen, würde man's machen. Ich will ausgeben 2750. Das ist viel Geld und die muss man auch aufarbeiten. Machen wir 28. Ich mache so 50er Schritte. Da kommt das jetzt auch immer traurig. Ich mache 28, ja. Wenn wir 2800 sagen, machen wir das natürlich auch. Ein Mann, ein Wort. Da haben wir schon einmal 1000. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwei, zwei, vier, zwei, sechs und zwei, acht. Läuft. Hat sich gelohnt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Geldübergabe muss ich mich an den Baum festhalten. Achso. Das ist nicht unfair. Komm, mach du da. Ich guck das an den Umfeld. Dann macht es mal gut, ne? Dankeschön. Danke fürs Kommen. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Danke. Das glaube ich. Nächstes Mal kommen die zwei mit einer Schrakenkwang. Das hast du gut gemacht, Jan. Respekt, Jan. Respekt. Die Verhandlungen liefen auf jeden Fall super. Wir haben viel mehr bekommen, als wir wollten. Jetzt können wir zufrieden nach Hause fahren. Autos leer, Palme ist weg. Alles top.